Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen einer additiven und einer subtraktiven Farbmischung bzw. zwischen RGB und CMYK? Wie bereits im Video zur Erstellung neuer Dokumente bereits gezeigt, kann man in Affinity Designer zwischen verschiedenen Farbformaten wählen. Ich klicke dazu noch einmal auf Datei Neu und im Bereich Farbformat kann man zwischen verschiedenen Farbformaten wählen. Die zwei wichtigsten Farbformate sind meiner Meinung nach RGB mit 8-Bit und CMYK. Je nachdem welches Farbformat ich wähle, stehen im Bereich Farbprofile verschiedene Farbprofile zur Verfügung. Bei RGB beispielsweise sRGB oder häufig auch verwendet Adobe RGB. Im Farbformat CMYK finden wir entsprechend CMYK-Farbformate, beispielsweise im europäischen Raum Euroscale Coated V2 oder zum Beispiel auch ISO Coated V2. Dieses Farbprofil muss allerdings separat geladen und entsprechend in zum Beispiel Windows eingebunden werden. Worin sich diese vielen verschiedenen Farbprofile genau unterscheiden und wie man diese genau einrichtet, das würde allerdings dieses Grundlagentraining etwas sprengen. Welches Farbformat ein bereits geöffnetes Dokument hat, sehen wir, wenn wir Datei wählen und hier die Dokumenteinstellungen öffnen. Im Bereich Farbe steht entsprechend bei Farbformat das derzeit verwendete Farbformat und auch darunter das aktuell verwendete Farbprofil. Digitalfotos verwenden beispielsweise das RGB-Farbformat und je nach Einstellung verschiedene RGB-Farbprofile. Für den professionellen Druck über Druckereien werden dann in der Regel Dokumente im CMYK-Farbformat genutzt. Und wo liegt jetzt der genaue Unterschied? Die additive Farbmischung wird beispielsweise bei Displays wie Monitoren, Smartphones, Tablets oder auch Beamern verwendet, während die subtraktive Farbmischung vor allem beim Druck zu finden ist. Der RGB-Farbmodus setzt sich aus den Primärfarben Rot, Grün und Blau zusammen, daher auch R, G und B. Und wenn man diese Primärfarben miteinander mischt, addieren sich diese Farben und werden bei den Sekundärfarben zu einem Gelb, Magenta und Zyran. Mischt man alle drei Primärfarben miteinander, so entsteht die Tertiärfarbe Weiß. Projizieren wir beispielsweise in einem abgedunkelten Raum mit einem Beamer die Farben Rot, Grün und Blau auf eine weiße Leinwand, so würden entsprechend ein Gelb entstehen, wenn sich Rot und Grün überschneiden, ein Magenta, wenn sich Rot und Blau überschneiden, und auch ein Zyran, wenn sich entsprechend Blau und Grün überschneiden. Dort, wo alle Primärfarben sich überschneiden, sehen wir im Idealfall ein reines Weiß, natürlich auch immer abhängig von der Oberfläche, auf die wir das Licht projizieren. Auf diese Weise ist die Darstellung von sehr leuchtenden Farben möglich, wie beispielsweise auf selbstleuchtenden Displays. Anders verhält es sich bei der subtraktiven Farbmischung. Hier finden wir die drei Primärfarben Cyan, Magenta und Yellow, also Gelb, und zusätzlich Key, also ein reines Schwarz. Wenn sich diese drei Farben überlagern, so werden Farbanteile voneinander subtrahiert, sodass die drei Sekundärfarben Blau, Grün und Rot entstehen. Und bei der Überlagerung aller drei Primärfarben ein Farbton, welche einem Schwarz sehr nahe kommt, aber eher sehr dunkel-grau-bräunlich aussehen kann. Deswegen gibt es beim Farbformat CMYK auch nicht nur Cyan, Magenta und Gelb, sondern zusätzlich auch Key, also noch ein reines Schwarz. Bei der subtraktiven Farbmischung werden die Farben beim Mischen also immer dunkler. Um bei der Überlagerung aller drei Primärfarben ein reines Schwarz hier in der Mitte zu gewährleisten, würde an dieser Stelle also mit Key ein reines Schwarz gedruckt werden. Daher spricht man beim Druck auch von einem Vierfarbdruck. Die Darstellung von Farben beim CMYK-Farbmodus ist demnach auch immer abhängig vom verwendeten Papier und dessen Papierfarbe beim Druck. Hier beim Beispiel sehen wir im Moment ein reines Weiß im Hintergrund. Und wenn ich dieses Weiß einmal etwas gelblicher gestalte, indem ich hier diese Ebene Hintergrund gelblich einblende, so sehen wir, dass dadurch auch die Farben etwas anders wirken. Ich arbeite im Moment in einem Dokument mit RGB-Farbmodus. Entsprechend sehen auch die Farben meines CMYK-Beispieles noch sehr leuchtend aus. Um zu simulieren, wie diese Farben in etwa auf einem bedruckten Papier aussehen würden, kann ich in Affinity Designer eine Einstellungsebene Softproof verwenden, um einen Ausdruck zu simulieren. Hier habe ich beispielsweise das Profil ISO Coated V2 ausgewählt und dadurch wird nun simuliert, wie diese Farben wohl auf einem ausgedruckten Dokument aussehen würden. Vorher, nachher, vorher, nachher. Wir erkennen sofort, dass die Farben nicht mehr so leuchtend dargestellt werden, weil Papier und die ausgedruckte Farbe natürlich nicht selbst leuchtend sind und Papier lediglich Licht reflektiert. Wenn ich also weiß, dass ich mit Affinity Designer ein Dokument erstellen möchte, welches später über eine professionelle Druckerei ausgedruckt werden soll, so kann ich natürlich auch direkt bei der Erstellung eines Dokumentes statt dem Farbformat RGB CMYK wählen, auch das passende Farbprofil in Absprache mit der jeweiligen Druckerei, bestätige mit OK und entsprechend hätte ich ein neues Dokument mit dem Farbmodus CMYK eingerichtet. Und jetzt schaut euch zum Beispiel hier einmal das Farbrad an, vor allem hier außen die verschiedenen Farbtöne und ich wechsle zu unserem anderen RGB-Dokument. Ich klicke und ihr seht zum Beispiel, dass hier die Farben weitaus mehr leuchten als hier zum Beispiel. RGB CMYK. Denn dadurch wird bereits so gut es geht simuliert, dass beim Ausdruck nun einmal nicht so stark leuchtende Farben möglich sind, wie beim Druck über CMYK. Natürlich könnt ihr wie gesagt auch ein Dokument mit RGB erstellen, dann zum Beispiel eine Anpassungsebene Softproof erstellen und schauen, wie sieht das Ganze eigentlich später beim Ausdruck aus. Aber grundsätzlich, wenn ihr natürlich wisst, dass ihr ein Dokument erstellen möchtet für den Druck, solltet ihr schon einmal grundsätzlich Abstand nehmen von derlei sehr leuchtenden Farben. Wenn ihr das Ganze nicht im Hinterkopf behaltet und einfach drauflos gestaltet, obwohl ihr wisst, dass das Ganze später ausgedruckt werden soll, so kann es natürlich passieren, dass ihr später von dem jeweiligen Ausdruck enttäuscht seid. Das Ganze möchte ich an einem weiteren Beispiel demonstrieren. Ich habe hier eine Datei geöffnet im RGB-Farbmodus, habe im Hintergrund ein Foto und hier entsprechend eine Textebene mit einem leuchtenden Grün. Das Ganze sieht schon eher Neonfarben aus. Ja, und jetzt gestalte ich auf diese Art und Weise das Bild, freue mich auf den Ausdruck und schlussendlich sehe ich das Ergebnis. Ich simuliere also wieder ungefähr, wie das Ganze beim Ausdruck später aussieht. Ja, und wie wir sehen, sehen wir kein leuchtendes Grün mehr, sondern eher ein mattes Grün, so wie das Ganze wahrscheinlich tatsächlich mit CMYK auf einem Blatt entsprechend ausgedruckt aussehen würde. Wir sehen außerdem, dass sich im RGB-Modus dieser Text noch wunderbar vom Hintergrund abhebt, weil dieses Grün nun einmal so leuchtend ja beinahe schon Neonfarben ist. Wenn wir das Ganze ausdrucken, so verschwindet dieser Text teilweise sogar in diesem Hintergrund, weil der Text nicht mehr allzu stark leuchtet. Wenn ihr also, wie gesagt, Dokumente erstellt, die ihr später ausdrucken möchtet, haltet immer im Hinterkopf, wie das Ganze später wohl beim Ausdruck aussieht und arbeitet idealerweise bereits im CMYK-Farbmodus. Bei diesem Thema kann man noch weitaus mehr in die Tiefe gehen. Beispielsweise wäre es auch ideal, wenn ihr an einem bereits farbkalibrierten Monitor arbeitet und euch grundsätzlich mit dem Thema Farbmanagement beschäftigt habt. Aber wie gesagt, das würde bei einem Grundlagentraining viel zu sehr in die Tiefe gehen.